Pfff Hahaha Ja Jetzt sind wir wieder zurück auf einer anderen Map diese Mal Oh Loll Oh Loll, was ist das? Ich werde nicht sterben hier Gehen es ganz Ja, ich glaube ich sterbe hier ohne dass ich geschlagen werde Hey Loll, wie soll ich mich hochkommen? Hallo, was ist das? Die Mapper gibt gar keinen Sinn, die spielt zu stressig bei uns Ah, was ist das? Wie ist das? Ich schwöre, ich schwöre dich Oh, da haben wir es nicht gerechnet, hm? Komm, irgendwie ist das ganz komisch Ja genau, das ist da So ein Sneaken Komm da runter bitte Ah, ja jetzt, 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 jetzt kriegst du es mal Zack Komm ja nicht weit, wenn wir nur Faust machen Was? Gib dir aufs mal Was lang, ey? Neee Komm her Alter, nicht für your Items Ah, ich habe eins gefunden, aber das ist scheiße Ja klar, er findet ein Schwert La, aber kein Scheiß Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Jetzt, jetzt Was? 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 Du wirst da gepackt Mann und ich kann nicht nix die sind wie kenne ich dann die hostbox und du kannst mich da mit dem zeitgehalt aus der russkirche alter die geile das die scheiße den bestuhl dr und alle jetzt so vor allem sind es zu sagen jetzt gibt es nur hier zack 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 es gibt hier ein paar Schellen Wolle wo alle wissen hier alle geholfen hat na ja wo ja 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 und er wollte aber trinkt die alle erlaubte ich bin keine ITEMS hier Wolltap ich würde ich für so ein jetpack finden das wäre richtig chillig jetzt das war richtig ich habe es nicht vorgegeben alle wie altkommal wie krass ich schon rot bin wo alle glück gehabt dass das ding dann immer über das gerade genau 100 prozent jetzt nicht mehr nein nein komponieren was los ja stehe ich drauf nein 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 ich habe nur noch ein leben man ich auch gleich wo ich weiß nicht mal wo du bist oh oh shit na gut wo man trifft es funktioniert ja gar nicht mehr wo alle der nein 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 ja klar geht weg mit dem schweig schwart man was geweckt gehe weg alle übertreibt wieso findest du so krasse sachen ja 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 ich glaube das ist echt so einfach mit der zeit es geht auf den sackel was ist das was ist das eier brennen du Opfer hast du dich selber anzünden oder was ich hab nicht mal gewusst dass ich das aufgesammelt hab ja was hattest du die Blume wo ich steckst dir in deinen arschlich dass du nehmen ja 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 das war ein teleporter reich von firma her alle frage ich bin schon viel zu groß der mädchen aber ich habe gerade die bessere seite um jungen die wäck und treffer an alles aus und ich ja du hast einfach geworfen nein auf jeden fall Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht. Lasst es bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.